Die Grafschaft Fürneburg war ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Gebiet der Eifel im heutigen Rheinland-Pfalz. Geschichte Die Geschichte der Grafschaft ist eng mit der der rheinischen Pfalzgrafen verbunden, die bis ins 13. Jahrhundert in der sogenannten Pellenz wichtige Herrschaftsrechte besaßen und die Grafschaft Fürneburg als Lehn vergaben. Die Grafen von Fürneburg tauchen erstmals im 11. Jahrhundert als Zeugen in Urkunden auf. Zentrum der Grafschaft und Stammburg des Geschlechts war die gleichnamige Burg Fürneburg 1288 nahm Ruprecht II. als taktischer Oberbefehlshaber der Brabanter an der Schlacht von Woringenteil. 1306 kaufte Graf Ruprecht die Hälfte der Grafschaft Wied von Siegfried von Epstein, der diese geerbt hatte. Der Anteil fiel bereits im 14. Jahrhundert an Wilhelm I. von Wied mit Heinrich II. von Köln und Heinrich III. Von Mainz stellten die Würneburger im 14. Jahrhundert zwei Erzbischöfe. Anfangs bestand eine Lehnsgemeinschaft der Grafen von Fürneburg mit den Grafen von Sponheim Sein, Gottfried II. von Sein und Johann III. Von Sein wurden von König Ludwig dem Bayern in seiner Eigenschaft als Pfalzgraf bei Rhein mit Fürneburg belehnt. Später waren die Grafen von Fürneburg alleinige Lehnensträger der Pfalzgrafen. Die weitere Geschichte der Grafschaft ist vom Kampf der Erzbischöfe von Köln und Trier mit den Pfalzgrafen und den Würneburgern um die Vorherrschaft. In diesem Gebiet geprägt im 14. Jahrhundert gingen viele Herrschaftsrechte an den Trierer Erzbischof Baldwin von Luxemburg verloren. Er nutzte finanzielle Schwierigkeiten der Würneburger aus. 1419 heiratete Philipp von Fürneburg Katharina von Saffenburg, womit Teile der Grafschaft Neuenahr und die Herrschaft Saffenburg an die Grafen von Fürneburg gelangten. Im Jahre 1445 erfolgte eine Teilung des väterlichen Erbis zwischen den Brüdern Ruprecht VI. und Wilhelm von Fürneburg, bei dem die Grafschaft Fürneburg an Ruprecht fiel. Ein 1543-45 still entband Pfalzgraf Friedrich II., die Würneburger von ihren Lehnspflichten wegen der Pellenz und wies sie an das Erzstift Trier. 1545 starben die Grafen von Fürneburg mit dem Tod Kuno von Würneburgs aus. Die eigentlichen M waren die Grafen von Manderscheid, jedoch ging ein großer Teil der Besitzungen verloren. 1554 gab Graf Dietrich V. von Manderscheid schleiden Monreal und die große und kleine Palinz an Trier ab und nahm das restliche Gebiet als trierisches Lehn. Nach dem Tod des letzten männlichen Agnaten Dietrich VI. von Manderscheid schleiden Kerpen fiel das Würneburger Erbe an Löwenstein Wertheim. Am 28. September 1615 schlossen die sechs manderscheidischen Erben in der Stadt Luxemburg einen endgültigen Erbteilungsvertrag, bei dem das Los mit Schloss und Grafschaft Fürneburg zunächst an Graf Karl von Manderscheid Gerollstein fiel. Den Ehemann von Gräfin Anna Salome von Manderscheid schleiden Fürneburg, der das Los noch am selben Tag mit seiner Schwägerin Gräfin Elisabeth Amalie von Löwenstein Wertheim, geborener Gräfin von Manderscheid schleiden Blankenheim, gegen die Herrschaft Kronenburg eintauschte. Bis Ende des 18. Jahrhunderts blieb die Grafschaft als Lehn des Kurfürstentums Trier im Besitz der Grafen von Löwenstein Wertheim Fürneburg. Unter der französischen Verwaltung wurde 1798 aus der Grafschaft der Kanton Fürneburg gebildet, der zum Aron des Morbon im Département der Rhiné-Moselle gehörte. Lage und Territorium Die Besitzungen der Grafen von Fürneburg bestanden aus einem Gebiet um die Burgen Fürneburg und Monreal sowie zahlreichen anderen Lehn, wie etwa die Grafschaft Falkenstein, südlich von Mainz. Besonders wichtig waren die Pellenzgerichte. Sie bestanden aus der großen Pellenz, einem Gebiet um Mendig, und der kleinen Pellenz, einem Gebiet um Münster-Meyfeld. Zu den erweiterten Pellenzgerichten gehörten das Beltheimer Gericht, das Gericht Bubenheim und das Gericht Lohnig. Ende des 18. Jahrhunderts gehörten zur Grafschaft Fürneburg, der Flecken Fürneburg und die Ortschaften Anschau, Abach, Bar, Bäreborn, Ditscheid, Freilingen, Hirten, Kolwerath, Lind, Lirstall, Luxem, Mannebach, Mömbach, Münch, Niederels, Nitz, Oberels, Rätterath, Wanderath, Weiler und Welcherath.